heeeeeeee jaaaaaa éthnos boi so, guten tagen meine Damen und Herren liebe Freunde macht mal kurz ein Video, ich zeig euch wo waren wir vorgestern? Ich hab gesagt in meinem letzten Vlog, dass wir reisen irgendwo, das musst ihr dann angucken später. Schade, dass ich hab nicht von innen diesen Burg fotografiert oder gefilmt. Haha, deutsch! Weil, ähm, das Burg ist privat und da dürfen wir nicht viel unterdrücken. Schade, aber gerade kostet nur 12 Euro. Wer Interesse hat, ist nicht so weit weg von hier, von Hessen. Da könnt ihr doch hinfahren und ansehen, was dort gibt's und es ist sehr schön, schön. So, gehen wir jetzt ein Video und bis später. Ich wünsche euch noch einen schönen Weihnachten und die ist alle Zeit da, bis Weihnachten und danach und neues Jahr. Mach's gut! So, wir waren auf die Toilette. Mach mal jetzt weiter. Hey! So, wir haben jetzt unsere Getränke bestellt. Schade, 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 Schade oder Schade. Wir müssen noch eine Stunde warten und dann, ähm, gehen wir durch ganzes Schloss mit Führung und in den Zimmer rein kann man dann gehen. Bis später. Bis später. Wir sind auch noch nicht. Wir sind bis dahin. Bis trophy. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020